Wir nehmen gerade auf. Es ist mal wieder soweit, der Postbote war bei uns und wir haben wieder einen Haufen Pakete. Diesmal haben wir uns gedacht, werden wir das mal vor der Kamera vor euch aufmachen. Wir werden natürlich wieder in den nächsten Tagen für euch das Ganze testen. Die Redaktion wird wieder für euch die Testartikel schreiben. Aber hier habt ihr schon mal den Einblick, was auf euch zukommen wird. Also seid gespannt und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Es sind auf jeden Fall interessante Bestellungen mit drin. Fangen wir mal mit dem hier an. Wir haben hier einmal, oh verdammt, ich hätte mir ein Messer besorgen sollen. So, im Paket Nummer 1 befindet sich einmal, was ist denn das? Wir haben hier eine Steckdosenleiste von, wer hat es gedacht, von Xiaomi. Eine smarte Steckdose vielleicht, das weiß ich nicht genau. Hier steht jetzt kein Produktname. Mi Powerstript auf jeden Fall. Ich sehe hier auf jeden Fall schon mal drei USB-Stecker und drei für die Steckdose an sich. Nice. Das werden wir auf jeden Fall die Tage für euch testen. Eine Xiaomi Steckdose. Machen wir weiter mit Paket Nummer 2. Machen wir damit weiter. Mein Gott. Das Ganze haben wir jetzt hier eigentlich auch auf. Das brauchen wir nicht. Und in der Verpackung ist nochmal eine Verpackung. Das Ganze ist nochmal umhüllt. Äh, wir nehmen gerade auf. Warum liegen hier so viele Pakete? Warum hast du eine Maske auf? Du hast da selber eine auf. Wir haben einmal, es hat nichts mit Technik zu tun. Hier haben wir ein Gadget. Wir haben hier einen Ice Magic, äh, Ice Cube Maker. Okay, dazu werde ich bestimmt ein Video machen. Wir machen direkt weiter. Wir wollen keine Zeit verlieren. Denn wie gesagt, in den Videos will ich euch nicht voll blubbern. Ich will euch nur zeigen, was wir in den nächsten Tagen für euch machen werden. Was für Artikel rauskommen. Und was eventuell für Videos für euch entstehen könnten. So. Zu guter Nächstes haben wir hier einmal einen Magic Sakura. Das sieht eher aus wie so ein Duftbäumchen. Wir haben hier gleich zwei Stück. Wenn ich das jetzt so grob sehe, dann kann man da irgendwas anpflanzen. Und es kommen Blumen raus. So, das wäre auch eher so Kleinkram. Dann machen wir hier weiter. Und es ist wieder gut verpackt. Lass es bitte kein Ice Cube Maker sein. Okay, ihr seht schon mal. Oh, okay. Das ist ein Luftreiniger. Cool. Ah, nee. Wir haben hier so eine Art Mini-Klimaanlage. Von keiner Marke so wirklich. Also es ist auf jeden Fall ein Gadget hier. Auf jeden Fall haben wir hier eine Mini-Klimaanlage, die wir in den nächsten Tagen für euch auch testen werden. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Womit machen wir weiter? Paket Nummer eins, zwei, drei, vier, fünf. Da haben wir hier ein bisschen Technik, was hier auch wieder verpackt ist. So, ich habe hier einfach kein Messer, kein gar nichts. Ich bin echt schlecht vorbereitet. Aber dafür finde ich eine Mülltonne. Ein Spieß. Sollte eigentlich auch funktionieren. Und noch, boah, da kommt aber ein Duft entgegen. Wir haben hier das Mai zu 15, was wir für euch dann testen werden. Das wird wahrscheinlich die Bestellung von Torben sein. Oder von Alex. Das sind sogar deren Dinger. Also ein neuer Smartphone-Test kommt für euch. Oder kommt auf euch zu. Dann haben wir hier was von Schaui. Das ist das Hi9R LTE. Sprich, wir haben hier ein Tablet, was wir nochmal für euch testen werden. Das wird wahrscheinlich dann der Tim für euch machen. So, dann, was gibt es hier Gutes? So ein paar Feines. So, wir haben noch zwei Pakete. Ja, eins habe ich noch hier im Hintergrund. Mit der Prickel-Technik kann man hier auch Pakete aufmachen. Überlebungskünstler. Es ist wieder Technik auf jeden Fall. Es ist luftig verpackt. Dann haben wir hier für euch einmal das Cubot Power. Das ist auch hier ein Smartphone. Auch hier wieder für die lieben Torben oder Alex. Die werden sich damit wieder auseinandersetzen müssen. Auf jeden Fall sehr schön verpackt. Nice! Wir haben hier auf jeden Fall nice Kopfhörer. Also, sie sehen auch immer schon mal sehr stark aus und sehr cool. Von der Firma Xiaomi. Ich weiß nicht, wie das Ganze hier heißt. Was für ein Modellname das ist. Ist nicht schlimm. Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Das könnte so ein Gaming-Headset sein. Mikrofon ist bestimmt da auch irgendwo bei. Erinnert mich ein bisschen an Playstation, muss ich sagen. Das könnte ein Paket für den lieben Tim sein. Das ist so sein Fachgebiet. Weiter geht's mit unserem letzten Paket. Es ist ein bisschen größer. Was könnte das nur bloß sein? Ich schätze mal ein Laptop. Oder ein Saugroboter wieder. Und es ist... LED. Ist das eine Xiaomi-Deckenleuchte? Ich glaube, das ist die Xiaomi-Deckenleuchte. Ich sehe hier nämlich nur LED. Könnte sein. Von der Abbildung her könnte es auch für mich ein Sitzkissen sein. Aber, naja. Ich weiß es nicht genau. Das werden wir auch die Tage für euch herausfinden. Ja, das war's lieber mit... Äh, Leute. Das war's leider mit dem letzten Paket. Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist sehr, sehr viel an Vielfalt dabei. Von Smartphones zu Tablets bis zu Deckenleuchten. Bis zu anderen kleinen Gadgets, die wir hier haben. Auf jeden Fall wird die Woche sehr wieder interessant für uns. Aber das bedeutet auch wieder, dass es auch interessant sein wird für euch. Ihr werdet jetzt sehen, wie gesagt, womit wir uns in den nächsten Tagen beschäftigen werden. Ich kann euch nur sagen, das wird so mein Favorite sein. Diese Kopfhörer, da bin ich echt mal drauf gespannt, wie die sind. Ob das wirklich ein Gaming-Headset ist, werden wir auch später herausfinden. Leute, schreibt in die Kommentare, was wollt ihr als erstes sehen. Vielleicht sagt da eine von euch, hey, wir wollen als erstes ein Test-Review zu diesem Maizu-Handy sehen. Oder zum Tablet. Schreibt es in die Kommentare, was ihr unbedingt sehen wollt. Dann schauen wir für euch, ob wir das Ganze dann auf die Liste nach oben setzen und das dann als erstes für euch dann auch machen. Ob es auch zeitlich hinpasst, kann ich euch nicht versprechen. Die Redaktion ist immer hart am Arbeiten. But so far so good. Liebe Leute, wie gesagt, schreibt in die Kommentare rein, was ihr als erstes sehen wollt. Sonst war es das auch mit dem Unboxing-Video, beziehungsweise was wir alles jetzt so bestellt haben. Von den diversen Portalen, wo wir immer bestellen. Also wenn euch das Video gefallen hat, zeigt ein bisschen die Evo und lasst einen Daumen nach oben da. Sonst für weitere Videos könnt ihr da unten kostenlos abonnieren. Hier links geht es weiter zum nächsten Video und seid gespannt, was wir für euch alles testen werden. Bis demnächst. Tschüss.